Denn es gibt doch kaum noch eine ukrainische Familie, in der nicht der Vater, der Sohn, der Schwager getötet wurde oder schwer verletzt wurde. Es wird ja in einer Weise auch in der Presse eskaliert und es wird immer nur eine Seite dargestellt. Diese Wechselwirkung zwischen den Medien und der Politik, die ist natürlich groß. Die Politiker, die achten natürlich genau darauf, wie das in den Medien kommentiert wird, was sie tun und was sie sagen. Und sie richten sich dann auch nach den Medien. Was das Geld betrifft, ist natürlich, ist es klar, wir haben ja massenweise Geld investiert in diesen Krieg. Wir nähren den Krieg, ja. Der ehemalige NATO-General Kujat hat sich mal wieder zu Wort gemeldet und brandneue Ansichten für uns mitgebracht. Denn mal abgesehen davon, dass die Europäer einen gigantischen Fehler machen, wenn sie wirklich glauben, dass die Amerikaner dieselben Interessen haben wie wir, liegt doch die größte Schande in diesem Krieg bei der Empathielosigkeit gegenüber den ukrainischen einfachen Volke. Ja, die, die an der Front kämpfen müssen. Und genau deshalb kann es Kujat und ich glaube viele andere auch einfach nicht mehr ertragen, wie junge Menschenleben hemmungslos in den Tod geschickt werden, nur damit einige wenige profitieren. Und das Schlimmste dabei ist, dass unzählige Politiker sich dabei die Hände mitschmutzig machen und unglaublich viel Schuld auf unsere deutsche Volksseele laden, nur damit sie aus dieser Polarisierung ihr politisches Kapital schlagen können und sie deutschlandweit bekannt werden. Sei es der Verteidigungsminister, den jetzt alle für einen Kanzlerkandidaten halten, nur weil er sagt, Deutschland muss kriegstüchtig werden. Reine Propaganda. Oder Agnes Flaggschiff Trimmerfrau, die gnadenlos immer mehr Tod fordert und es jetzt sogar ins Europaparlament geschafft hat. Herzlichen Glückwunsch. Aber auch Kiesewetter und Baerbock, die niemals müde werden zu behaupten, dass wir die Nächsten sind, die sogar am liebsten NATO-Soldaten für die Ukraine kämpfen sehen wollen. Wahnsinn, oder? Das sind unsere Friedensheuchler und ich habe noch längst nicht alle beim Namen genannt. Sie reden ständig, holt von Solidarität und Unterstützung, aber überhören gnadenlos die Stimmen vieler einfacher Männer, die dafür ihr Leben lassen müssen. Sie sehen sich nicht nach Kampf, nach dem Töten ihres Brudervolkes, sondern sie wollen nach Hause. Und warum das alles? Weil wir die Guten sind und die Russen keine Sicherheitsinteressen haben. Das ist doch die Wahrheit. Doch schauen wir mal, wo uns dieses ignorante Verhalten hingebracht hat. Hört genau zu, wir legen los. Die Europäer haben sich in diesem Krieg praktisch als handlungsunfähig erwiesen. Von keinem europäischen Staat, auch nicht von der Europäischen Union insgesamt, ist irgendein Versuch unternommen worden, diesen Krieg zu beenden. Sondern es wird immer argumentiert, es ist ein völkerrechtswidriger Krieg, es geht um europäische Werte, auch dass die Ukraine europäische Werte verteidige. Naja, da kann man vielleicht ein bisschen schmunzeln dabei, aber das wird jedenfalls gesagt. Das ist richtig. Es ist ein völkerrechtswidriger Krieg und das bezieht sich natürlich auf die UN-Charta. Und in der UN-Charta wird jedem Staat das Recht zugegeben, allein oder gemeinsam mit Unterstützern, sich gegen einen Angriff zu verteidigen. Das ist das Völkerrecht, das hier ganz klar sagt, die Ukraine ist im Recht, sich zu verteidigen. Aber die UN-Charta, das Hauptziel der UN-Charta ist ein ganz anderes. Da geht es nämlich nicht um die Selbstverteidigung eines Landes. Das Hauptziel der UN-Charta ist, den Bestand des Friedens zu sichern und für den Fall, dass es zu einem Krieg kommt, den Frieden wiederherzustellen. Und daran halten wir uns nicht. Es gibt keinen Versuch, diesen Krieg zu beenden. Wobei man ja auch noch betonen muss, das kann man natürlich aus der Distanz sehr gut sagen. Man lässt andere kämpfen und schaut zu, wie das ukrainische Volk hier persönlich, wirtschaftlich als Staat zugrunde geht. Denn es gibt doch kaum noch eine ukrainische Familie, in der nicht der Vater, der Sohn, der Schwager getötet wurde oder schwer verletzt wurde. Das lässt uns völlig kalt. Weil wir argumentieren moralisch mit dem Selbstverteidigungsrecht und verhalten uns unmoralisch gegenüber der Forderung der UN-Charta, Frieden herzustellen. Das ist doch, ich finde das außerordentlich bemerkenswert, dass dann in dieser Situation Herr Orban sagt, so kann es nicht weitergehen. Ich will für Europa handlungsfähig im Sinne der Herstellung eines Waffenstillstands mit Friedensverhandlungen schaffen. Herr Kujat macht ja auf seine Weise auf etwas ganz Bedeutendes aufmerksam. Wer wirklich glaubt, dass es hier zentral um das ukrainische Volk gehen soll, der hat aus den letzten 100 Kriegen nichts gelernt. Denn die vermeidliche Moral oder wie man sie heute nennt, das Völkerrecht, dient doch den Mächtigen nur dazu, die Armen an die Front zu schicken, damit sie für ihre Interessen kämpfen dürfen. Denn wie problematisch würde wohl die Wahrheit klingen, wenn man sagt, man tut es für die Rohstoffe oder um einen geopolitischen Partner, eines ernstzunehmenden Konkurrenten auszuschalten, die Chinesen und der Russe als Unterstützer. Aber etwas, wovon wir nie etwas hören, sind auf einmal die gezwungenen Zwangsabkäufe, nachdem unsere Nord Stream Pipeline gesprengt wurde. Ja, wir kaufen jetzt teuer Energie ein. Und wenn man doch genau hinguckt, trägt es doch wie immer die Handschrift einer geopolitischen, hegemonalen Macht, die nichts lieber tut, als ihre Position als Nummer 1 zu verteidigen. Dafür macht man sich doch gerne zu Marionette. Und hier muss sich Angela Merkel eines gutheißen. Ich verurteile sie scharf für die Grenzöffnung, aber sie hätte so einen ausgewachsenen Krieg niemals zugelassen. Dafür brauchte es erst eine wohlstandsverwahrloste Regierung, die eine deutschlandfeindliche Position annimmt. Herzlichen Glückwunsch, Ampel. Doch hört mal selbst, was Kuya zu den Amerikanern zu sagen hat. Sehr interessant, sollte jeder wissen. Abonnieren nicht vergessen. Weiter geht's. Ich habe das ja anfangs schon angedeutet. Im Grunde genommen ist er der eigentliche Gegner der Vereinigten Staaten China. China ist die einzige Weltmacht, die in der Lage ist, die Vereinigten Staaten als dominierende Weltmacht. Deshalb ja auch dieser Unterschied zwischen multipolarer und, wie habe ich jetzt den Begriff vergessen? Unipolar. Unipolarer Welt, ja, ja. Also die Chinesen haben enorm aufgeholt und sie holen weiter auf. Und zwar politisch, politisch dadurch, dass sie mit diesem BRICS-Konzept, also den Staaten, die sich da in der BRICS-Gruppe zusammengeschlossen haben, Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, haben sie natürlich ein enormes Potenzial. Nicht nur an Menschen, 40 Prozent der Weltbevölkerung befinden sich in dieser Gruppe inzwischen. Und auch ein erhebliches wirtschaftliches Potenzial. Denn jetzt am 1. Januar sind ja sechs weitere Staaten beigetreten. Darunter im Übrigen ein jahrzehntelanger, enger Verbündeter der Vereinigten Staaten, nämlich Saudi-Arabien. Das ist wirklich eine enorme Entwicklung. Und was ganz bedeutend ist, finde ich, es sind eben auch eine ganze Reihe von südamerikanischen Staaten dabei, sozusagen aus dem Hinterhof der Vereinigten Staaten. Das ist für die Vereinigten Staaten natürlich sehr, sehr unangenehm. Jetzt kommt noch hinzu, und das ist auch ein wichtiger Aspekt, dass sie auch wirtschaftlich eine Menge unternehmen, denn die Stärke eines Landes beruht natürlich auch auf der Wirtschaftsmacht und die wiederum zu einem großen Teil auch darauf, welchen Einfluss die jeweilige Währung hat. Und die Weltleitwährung ist der Dollar und dagegen gehen diese Staaten jetzt vor. Es wird bilateral schon in der jeweiligen Landeswährung bezahlt, aber es wird auch immer mehr sozusagen eine neue Weltleitwährung geschaffen. Alles geht in die Richtung, weg von der unipolaren Welt hin zu einer multipolaren Welt. Und da spielt der Ukraine-Krieg nämlich eine große Rolle. Denn wenn Sie beispielsweise in den amerikanischen Verteidigungshaushalt schauen von 2024, dann werden Sie feststellen, dass er völlig auf einen Konflikt mit China ausgerichtet ist. Und das bedeutet, dass man das Ziel hier, das strategische Ziel, das die Vereinigten Staaten in diesem Ukraine-Krieg verkündet haben, nämlich die Russland zu schwächen, bezieht sich genau darauf. Denn Russland ist ein enger Verbündeter der Chinesen. Und schwäche ich diesen engen Verbündeten, dann schwäche ich auch den größeren, sozusagen den größeren Alliierten von beiden. Das ist eine Entwicklung, die immer stärker wird. Und es gibt in Amerika, wo es eine relativ offene Diskussion auch in diesen Fragen gibt, natürlich die Forderung, sich immer stärker nun tatsächlich China zuzuwenden. Und könnt ihr euch vorstellen, wenn die Amerikaner gegen die Chinesen vorgehen werden, welcher Handlanger gerne seine Hilfe anbietet? Richtig. Wir, die Ampel. Dafür steht doch unsere Regierung mit ihren Namen. Sie verkaufen deutsche Interessen, unser Zuhause und den Frieden und nennen das dann die Verteidigung unserer Werte. Das Ironische daran ist, wenn Russland versucht, auf unsere Gesellschaft Einfluss zu nehmen, heißt es direkt, das ist eine hybride Kriegsführung. Aber dass die Amerikaner unsere Medien beeinflussen, weil sie sie zum Teil gekauft haben, unsere Briefe lesen und durch ihre Lobbyistenfreunde die ganze Brüstler-Bürokratie unter Kontrolle gebracht haben, scheint niemanden zu stören. Dazu kann ich nur eines sagen. Es waren nicht die Russen, die Libyen zerbombt haben, den Irak angegriffen haben oder das mit Syrien. Nein, das waren die Ursachen von Flüchtlingskrisen. Doch vergessen wir dieses Thema mal für heute und schauen uns lieber die letzte Szene an, die es auch in sich hatte. Abonnieren nicht vergessen, weiter geht's. Es gab dann, wie wir ja alle wissen, was bei uns ja kaum berichtet wurde, im März und April Verhandlungen in Istanbul. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Zunächst in Gommel, in Weißrussland, dann in Istanbul. Und diese Verhandlungen kamen aus einem ganz einfachen Grunde zustande. Sie kamen zustande, weil die ukrainische Führung die militärische Stärke Russlands weit überschätzt hatte und in der Furcht war, dass nun die Regierung dort abgesetzt wird. Und Russland hatte eigentlich auch den Widerstand der Ukraine überschätzt. Er unterschätzt, sorry. Man muss eben sehen, Russland ist mit einer Invasionsarmee in der Ukraine eingefallen von etwa 190.000 Mann. Aber die ukrainischen Streitkräfte waren ja acht Jahre lang vom Westen von der NATO ausgebildet, modern ausgerüstet worden, waren über 400.000 Mann stark. Also die Absicht Russland war es nicht, die ganze Ukraine zu besitzen. Das wäre unsinnig gewesen, dieses Ziel zu erreichen. Aber letzten Endes haben diese beiden Fehleinschätzungen dazu geführt, dass es dann zu den Verhandlungen kam und auch sehr schnell Fortschritte erzielt wurden. Das muss man auch dazu sagen. Und zwar in den Kernbereichen, die für Russland wichtig waren. Und diese Kernbereiche sind, dass die Ukraine neutral wird, ein neutraler Staat, dass die Ukraine nicht in die NATO eintritt und dass es keine fremden Truppen auf ukrainischem Territorium gibt. Das sind sozusagen die drei Kernfragen. Interessanterweise hatte Zelenskyj bereits vor dem russischen Einmarsch zugestimmt, dass er sich bereit erklärt, so etwas zu akzeptieren. Und er hat das dann tatsächlich auch in den Verhandlungen gemacht. Und so kam es zu einer sehr deutlichen Annäherung zwischen den beiden Verhandlungspartnern. Der damalige ukrainische Verhandlungsführer Arafamea hat später gesagt, das war das beste Ergebnis, das wir je hätten erzielen können. Und so ist es auch in der Tat. Denn in der folgenden Entwicklung wurde ja es immer schwieriger, ein positives Ergebnis für die Ukraine zu erreichen. Warum auch? Es wurde sogar schwieriger, überhaupt Verhandlungen aufzunehmen. Beide Seiten haben Hürden aufgebaut. Die Ukraine, der ukrainische Präsident hat am 4. Oktober 2022 ein Dekret herausgegeben, das noch heute gültig ist, in dem er sich selbst und seiner Regierung Verhandlungen mit Russland verboten hat. Deshalb hat Putin vor 14 Tagen auch gesagt, der soll erstmal dieses Dekret aufheben, bevor es zu Verhandlungen kommt. Und Russland hat natürlich durch die Annexion dieser vier Donbass-Regionen am 30. September 2022 auch eine Hürde aufgebaut. Also es geht jetzt darum, und so deute ich auch das, was Orbán vorhat, dass man diese Hürden erstmal abbaut, dass es überhaupt zu Verhandlungen kommt. Häufig wird ja in unseren Medien so getan, als wüssten sie genau, was richtig ist und was passieren wird. Aber eines kann ich Ihnen versichern. Niemand von diesen übermutendierenden, fleißigen Journalisten und Politiker weiß, was in Zukunft passieren wird. Denn gerade wird Geschichte geschrieben. Aber das Schlimmste daran ist, dass wir in dieser wirklich gefährlichen, unübersichtlichen und unsicheren Situation von den inkompetentesten Schauspielern angeführt werden, die man sich überhaupt vorstellen kann. Die meinen nämlich genau zu wissen, wie weit sie eskalieren dürfen, bis wir zur Kriegspartei werden. Als ob sie das entscheiden könnten. Deshalb frage ich mal ganz spontan. Wollt ihr wirklich eure Sicherheit in den Händen dieser Menschen legen, die mit der Realität genauso wenig zu tun haben, wie ein Fisch mit Fahrradfahren? Schaut euch ihre Politik an. Genderideologie. Die Behauptung, es gebe keine Anreize bei der Migration. Also Pull-Faktoren existieren nicht. Das Ignorieren der massiven Probleme unserer inneren Sicherheit. Und nicht zu vergessen, das angebliche grüne Wunder. Und jetzt sagt mir bitte jemand, was ist eingetroffen, was diese Regierung prognostiziert hat? Nichts. Und hier liegt doch die eigentliche Gefahr. Wir werden in diesen turbulenten Zeiten von Idioten regiert. Es ist wirklich die perfekte Mischung für eine Eskalation, die Europa nicht vergessen wird. Doch was ist eure Meinung dazu? Tobt euch mal gerne in den Kommentaren aus. Und falls ihr mal mehr über das ukrainische Volk erfahren wollt, was sie darüber denken, dann empfehle ich das nächste Video. Dort muss nämlich eine Journalistin um ihr Leben fürchten, weil sie Dinge ans Licht gebracht hat, die keiner von dem Regime in Kiew hören will. Einfach mal hier klicken. Die Reise geht weiter. Sollte jeder mal gesehen haben. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao.